Hallo, ich bin's, dein Onkel Jair Geil und wir sind wieder bei ARK Survival Evolved mit den Grandparents, das heißt mit der Tanja, mit dem Tobi und mit dem Edi und mit dem Patchy. Hallo, hallo Patchy. Ja, wir wollen jetzt mal gucken, ob wir den legen können. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich den Pronto anschießen. Wartet doch mal kurz, braucht ihr noch einen Narkosepfeil, also soll ich euch noch helfen mit Narkosepfeilen oder so? Naja. Wenn der Onkel jetzt den Pronto anschießt, dann brauchen wir noch mehr. Nur, dass ich weiß, dass ich meinen Bogen noch hol. Wir sind hier quasi, hier wo ich nicht auf dem Felsen raufkomme. So. Da geht er am Strand entlang. Das ist er gleich wieder. Ja, da wo die Felsen im Wasser sind. Gut, also ich schieße. Wo die Prontos sind. Ich habe ihn, ich laufe gerne mal hinterm Felsen. Ich habe ihn auch getroffen. Ach, da hinten. Nochmal getroffen. Fese. Ah ja, ich auch. Die sehen nicht mehr. Ja. Was hat er noch da? Ja. Hinter euch. Au. Ausgesicht. Ja, die sehen nicht ohne. Au. Er liegt, er liegt, er liegt. Ich bin fast da. Sehr schön. Hallo, Kumpel. So, was brauchen wir denn jetzt für den irgendwelche Bären? Mechewberries, ich habe. Ach so, okay. Ich bin schon bei euch hier im Wasser. Komm schon an, getrübelt hier. Aber guck, ich habe auch noch ein paar Mechewberries. Gebe ich euch auch. Okay, ich habe mir jetzt nur, ich war jetzt nur verwundert, weil die Kampfmusik immer noch da war. Ja, du Petschi. Ja, du Petschi. Alles drin. Wir sind auch. Dankeschön. Dankeschön. Genau. Nochmal ein Lagerfriere. Hier, guck mal, da. Nochmal ein paar Bären rein. Oh, jetzt kann er aber wandern. Hm, ja. Sehr schön. Na gut, dann werden wir mal gucken, was der so bringt. So. Ich glaube, ich stecke jetzt mal beim Bogen weg. Besser ist es. Level 22. Ja. Na, ich warte mal ab, was du so berichtest, wie der so ist. Der ist lila. Der ist irgendwie, ja. Ja, und der da drüben, der ist ja der da drüben. Von der Farbe her wäre er schön. So richtig grün. Ja, Level 9, gell, glaube ich. Ja, Level 9, genau. Was kann der eigentlich so? Nichts, oder? Ja, der ist eigentlich so zum Angreifen. Eigentlich mehr für PvP gedacht. Wenn du dann mehrere hast, ist es wie mit den Spuckern. Die kannst du halt reiten. Brauchen wir Kämpfeuer? Ich mache es schon. Ein kleiner Ausschnitt gesehen von den Machern von Tag. Lauf, Tobi, lau. Ach so, jetzt geht's schnell. Wie sie mit 4, 5 Petschis durch eine Mauer von Wood gebrochen sind. Mhm. Holzmauer. Okay, na, ich werde halt dann einmal durch unsere Mauer durchbrechen. Ja, genau. Das sah schon beeindruckend aus, muss ich schon sagen. Hm. Wie viel Leder brauchst du jetzt für den Sattel? Ähm, Petschisattel 110. Haben wir so viel noch, oder sollen wir welche besorgen? Ich weiß gar nicht, was jetzt drüben ist. Selber gucken. Wir haben noch so viel. Müsst du noch da sein? Ich geh mal rüber. Dann drehen wir den Ichida hinten wieder richtig. Wen? Guck mal nur der Schwanz raus, der Ichida. Jetzt ist er abgetaucht. Ja, auf den Ichida ist schon ein bisschen. Er hat auch eine schöne Maserung. Wo denn? Er ist gerade wieder abgetaucht. Er ist direkt vor unserer Hütte da. Okay. Da beim Pteranodon. Genau, genau. Da ist er gerade abgetaucht. Okay. Hm. Na ja. Gut, warum nicht? Oh, es wird dunkel, ha? Hm. Langsam, ja. Braucht ihr noch was zu essen? Also ich im Moment nicht, danke. Ich auch nicht, danke schon. Ich bin eh gleich her mit Angehöten. Ich hab auch dabei, danke. Eins. Ja, das ist natürlich die Frage. Das ist... Ansonsten kriegt ein Stein zu essen, da hab ich nur ein. Petschi, Sattelkrum. Tanja, da drüben wäre was für dich. Da steckt wieder ein Trike im Baum fest. Ich hab ihn schon gesehen. Ich hab ihn schon gesehen. Oder wir zähmen uns so ein Bronto. Und gibt's da jetzt schon die Sättel dafür? Die Plattformen gibt's da für der Haus. Und bauen uns da ein riesiges Haus drauf. Du brauchst, äh, die Werkbank dafür. Okay. So, also ihr seid alle mit Fleisch versorgt. Ja. Ja, da brauch ich... Sag ich, dass wir nämlich... Der junge Mann... Ah, etwas Narkotik. Ja, wie viele Pfeile hast du sie jetzt reingejagt, Tobi? 10, glaub ich. Okay. Ich hatte 14 und hab jetzt noch 4. Okay. Ja, ich hab... Ich hab sechs Stück reingejagt. Hä? Hey! Was? Ähm, hier ist so ein kleiner Flieger, der hat mich gerade voll umgeflogen. Ah, das ist Tobi! It's your turn! Oh, Level 31, da hältst du deinen Spaß damit, glaub ich. Oh, jetzt haben wir zwei Lagerfeuer. Hm, Nobel geht die Welt zugrunde. Wieden eins. Bitte? Wieden eins. Achso. Wieden eins. Meins ist schöner als Wens. Ja, ja, von wegen. Dafür liegt vor meinem Fleisch. Zieh's doch mal rüber richtig. Und ich hab mein Revier markiert. Ja. So, mein Fernglas in die Flammen schauen. Mei, unser Häuschen. Sieht von hier aus, wie wenn's brennen wird. Oh, zu euch kommt da rüber der kleine Flattermann hier. Level 31. Ja, hab ich ja gerade schon gesagt. Wenn Tobi seithören, der kann das doch. Heute nicht. Ich bin ja schon mal froh, dass ich eh eine Folge lang nicht gestorben bin. Ach, Quatsch. So oft bist du ja noch nicht gestorben. So, wie sieht's denn aus? Dankeschön. Bitteschön. Am Kilo Level 2. Ähm, okay. Ah, nee, ja. Aber das verwundert mich jetzt, weil normalerweise hattest du doch immer das Equipped Items. Ja, das kannst du erst. Ich weiß jetzt nicht was. Wenn er aufgestanden ist, wenn er aufgestanden ist, wenn er gezählt ist. Ah, okay, okay, okay. Haben sie das geändert? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich gebe immer so viel nicht mit. Irgendwann. Es ist auch noch irgendwann mal aufgefallen. Keine Ahnung, mit was für einem Patch das kam. Das ist schon eine Zeit mittlerweile her. Okay. Der hat wieder fast mehr Sauerstoff, als er leben hat. Mit dem kann sie tauchen jeden. Ja, das ist traumhaft. Traumhaft. Also, was steht denn überhaupt da? Steht irgendwas da? Ja, Taming Effectiveness plus 10 Level. Gut, ich würde ja nicht packen, aber naja. Nee. Also, wenn es irgendwann mal so weit ist, die kannst du mit den Dilo Kippels ganz gut sehen. Ah, okay. Hm. Irgendwann mal vielleicht. Irgendwann mal. Happa, hapa, hapa. Genau, wie diese Kugeln, diese mit dem Morgenstern da zu hauen. Die mögen auch die Dilo Kippels. Mhm, okay. Okay. Also, die Dilo, ne? Die Dilo. Die Dilo, genau. Mhm. Na gut. Dodo Kippels kannst du wieder nehmen für so kleine Äffchen zu zählen. Mhm. Auch. Also, alles für die wichtigen Sau, ja. Ja, ja, genau. Ja, sowas von. Genau. Wenn man es dann so übertreibt, wie ich auf unserem anderen Server und hat da zehn Weiber steht und zwei Kerle, da kannst du dich totwerfen mit Dodo-Eiern. Hm, das stimmt. Mhm. Da könnte man mal eine Eierschlacht machen. Da kannst du wirklich eine Eierschlacht machen. Da sind über 100 Stück da. Mhm. So. Ja, alter, bin ich jetzt sehr schocken. Alter, der ist im Stealth-Mode. M-M-Flug, äh, Standflug-Modus, der Pteranodon. Also, irgendwie hier so. Hallo. Also, kannst du die Dodo-Kippels aufnehmen für die E-G's, also für die Flipper, für die Wasser. Ups, Entschuldigung. Bitte was? Hm. Musst du nur eben den Pteranodon, 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 Manieren beibringen. Oh, so ein kleiner Flieger, Level 47. Tobi. Hier waren doch gerade eben drei Prontos, oder? Hm. Hm. Es ist keiner mehr da. Du wirst ja, was danach kommt. Nur noch einer da hinten. Äh, hier ist so ein kleines Fliegevieh. Kommt ihr mal bitte. Ja. Ah. Ja, muss ich auch hier. Aua. Mega. Mega vor allen Dingen. Mega hat ihn auch. Mega Neura. Bin halt mega, bevor der da drauf geht. Ja. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt ein kleines Fliegeheir? Wuldigung. 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 Läuft irgendwas. Ach, das ist einer von uns. Wede. Wüss. Ist jetzt schwer zu treffen. Hm. Na komm hin, junger Mann. Jetzt hat er, Entschuldigung, nur noch fünf Level plus. Hm. Oh, so da war es hier jetzt abgenommen von See. Ja. Da habe ich mir jetzt auch gedacht, ja. Da lag eigentlich noch unten. Ja. Hast du jetzt Licht ausgemacht? Doof oder so? Ja, was? Das bist ja schreckt. Doof oder so? Hm. So, na. Na ja, allzu lang wird es ja nicht mehr dauern, hoffe ich. Mach hin. Schneller. 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 Jam, 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 jam. Ist das lecker? Jam, 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 jam. Zumal einmal Level 15. Was? Das steht den Schweine. Patschee. Patschee, hoch. Echt? Wollen wir Level 15? Ja. Irgendjahr. Ja, genau. Das ist auch süß, ja. Female, Patschee. Das ist ja auch mal zähm. Nee, ich glaube, da komme ich zu spät. Level 4, Patschee. Asch, Deko, Level 65. Asch, ne Kerle. Und Ankylo, Level 4. Alles zähmen, was nicht nid- und nagelfest ist. Achso, ähm, Tanja, hast du nicht vorhin Bären geholt? Hast du Dinge abbekommen? Äh, Narkotik, ne, blau, blau, blau. Noch ein Patschee, Level 16. Äh, wo ist hier? Der kommt jetzt Level 15 sogar. Ah, das ist... Nicht weit weg, hinter dem großen Stein, wenn du... Das ist der, was ich eben gesehen habe. Achso, wahrscheinlich, ja. Der kommt jetzt sogar. Kommt, der kommt. Ja, weiß nicht, soll man den noch... Ich hab nur noch vier Pfeile, die werden nicht reichen. Ich hab, ähm, einsteckend Pfeile. Ich hab auch vier Pfeile. Ich hab 32 insgesamt. Naja, dann... Ja, mir ist es gleich, also wenn ihr den... Ja, gerne, ich würde gerne nehmen. Na, der kann er nur mit Schweine bewerfen. Okay, dann... Müssen wir schauen, wo. Müssen wir halt schauen, vielleicht können wir den auch hier rüberziehen, oder so. Wo ist er? Der hier, wo ich bin. Ah, ja. Oh, der ist ja... Der, 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 der andere ist der Niedriglerblieger. Okay. Oder jetzt von rechts. Der mit dem roten. Oh, gut. Nein, guck mal. Ja, ist so. Beides weitchen. Level 4 und level... Das ist ja, der hier. Der hier. Der da, okay. Na ja, dann... Oh Gott, oh Gott. Soll ich ihn mal anschießen? Diesmal an. Darf. Okay, angeschossen. Oh, die sind Kumpel. Ja, ich hab's gesehen. Danke. Au. Scheiße. Au. 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 Einer liegt, der 15er liegt. Der 15er liegt, okay. Und der andere liegt da. Der 4er liegt auch. Hahaha. Okay, das liegen alle. Das liegen ja... Ja. Ähm. Du wolltest was von mir, Onkelchen. Meintest du wegen Narkosebären, oder was? Ähm, ja, will ich ja Narkotiks machen wieder. Hab ich gemacht. Habe ich schon gleich die Narkosebären, hab ich gleich umgebastelt. Okay, okay. Soll ich drüben was holen? Ähm, warte mal, ich weiß nicht. Du kannst mir mal eine Hälfte von der Narkotik. Du kannst von den Narkotiks, kannst einiges nehmen, weil so viel werden wir dann nicht mehr brauchen. Also ich hab ihm ein paar Bären, hab ich ihm jetzt schon reingesteckt. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Okay, ich hab hier... Ah, da ist sie. 20 Narkotiks hab ich jetzt hier noch. Ähm, da liegt ja noch einer da vorne, ne? Ja, am Stein liegt noch einer. Sollen wir den auch gleich? Ja, wenn er jetzt schon liegt, dann machen wir gleich mit. Wenn er schon liegt, dann machen wir gleich mit. So, und dann gucken mal. Brauchen wir bloß Bärchen noch. Soll ich von drüben was holen von der Base? Ähm, nein, nee. Vielleicht müsste der andere gemühen Bären, der hat ja dreiste Bären und der hat das wahrscheinlich nicht mal eingegessen. So, gut, zack, passt, jetzt hab ich hier ins Deck. Ah, Tamed Apache. Äh. Tichypachi. Okay, close, jetzt muss ich ihn halt dann irgendeinen Namen ergeben. Oh, der geht schnell hier, aber... Ja, toll. Was brauchst du? Wie soll er heißen? Hm. Tobi, was brauchst du? Bären, unbedingt. Ja, ja, ich bin schon da. Da bist du schon da, gut, sehr gut. Ja, genau. So. Ja, kann man ja. Jetzt kriegst du mal den Sattel. Und dann nennen wir dich... Äh, wer... Na, wie geht es jetzt schon ein? Na, wer will. Äh? Ne, hallo, Schwein nennen wir nicht. Haha, hallo, jung, ja. Ex- und korrigieren. Dickkopf. Ja, hallo, was hab ich denn? Oh, Mädchen. Ich bin Mädchen, ich bin Mädchen. Oh, die ist auch wieder. Alter, aber schnell ist anders. Das sieht lustig. Zeig mal. Das sieht ja aus im Kindergarten. Alter. Arschgeigen. Das sieht ja lustig. Das ist einfach nur zu geil. Also schnell ist anders. So ist es normal. Wenn du linke Maustaste drückst, dann rammt er mit dem Kopf. Ja. Mäh. Mäh. Alter. Alter. Das war jetzt eine rechte Maustaste, Freunde. Beim Renner wie ein Begaster, ja. Alter, ich schau jetzt mal. Das könntest du mal. Ab auf Phiomia. Ich mach nichts mehr. Ich mach nichts mehr. Nur einmal angehtippt und dann rennt er wie ein Blöder. Schüttelt einmal in den Kopf und dann geht's auf. Alter, Verwalter. Du wolltest was Schnelles. Naja, was Schnelles. Ja, so ist er langsam. Wie gesagt, so läuft er normal und beim Sprinten nur so. Da lauf ich schneller, wenn ich zu Fuß bin. Hm. Hm. Na gut. Hehehe. Aber normalerweise müssten wir doch dann irgendwie erst einen Stein oder so was. Ja. Juhu. Nee. Und vor allem der tut wie ein Ziege. Ja. Mäh. 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 Alter, Verwalter. Hm. Na, geil. Alter, ich würde ja auch gerne den Alter, dem hab ich mitgegeben. Hahaha. Das war doch ein bisschen langsichtig. Wenschen, ne? Hm. Alter. Hahaha. Hahaha. Alter, der kriegt überhaupt nichts raus. Aber man ist bloß. Nee, der kriegt tatsächlich. Der Jubs ja auch nur, der beißt er nicht rein. Hm, na gut. Boah. 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 Boah, drum, drum, drum. Boah, nein, nicht auf der Stego. Boah, alter. Hahaha. Ah. Hm. Okay. Wer reitet hier durchs Nachtverwiend? Ja, ja, vor allem, du kannst dann nichts mehr machen. Der macht das von allein, ne? Äh, ja. Du drückst einmal rechte Maustaste und dann rennt der wie ein Blöder und irgendwann bleibt er dann stehen. Also eigentlich... Der muss halt irgendwas anvisieren, ne? Ja. Also... Ähm. Das ist wie die Kügelchen. Die, die kannst du beim Rollen stoppen. Das geht. Na, irgendwie. Hm. Hm. Äh. Nein. Mö. Falsche Taste dreh. Immer falsche Taste. Scheißen Dreck. Ach ja. Na. Kamerad. Mö. 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 angeflogen und wenn er bei mir bist und geradeaus rüber guckst auf die andere Seite siehst du an Krüdo zwischen den Bäumen da oben richtig richtig Mäh ja genau Mäh das waren also quasi die Schafe unter den Dinosauriern die Bedeutung so wo das herkommt Mäh Na gut die Mütze statt der müsste ja relativ schnell die Mängliche bei WM Kumpel Na Kumpel Hallo Stechen Wir brauchen dann Hyde für die zwei da noch einen Sattel zu verpassen 21 Leder habe ich einstecken 110 brauchst du pro Sattel Wenn du von hinten guckst, könnt ihr sowas anderes denken Du musst dir raufsetzen und dann rechte Maustaste drücken Aber freies Feld brauchst du dann Es kommt ein Triker angewackelt Der ist spitzenmäßig Ja danke Und tschüss Was ist es denn? Ah Level 2 Die machen ja nichts Ah wir sind schon wieder bei 22 Minuten So schnell vergeht die Zeit Ja Leute Unsere Familie wird größer Wir haben jetzt auch gleich drei Schafe Sehen zwar ein bisschen anders aus Aber Mäh Genau Genau Ja Leute Wir bedanken uns wie jedes Mal fürs Zusehen Dankeschön Hoffen es hat euch ein bisschen gefallen Würden uns über einen Daumen hoch oder einen Kommentar sehr freuen Ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal Also macht's gut Bye bye Tschüssi 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 Tschüssi